willkommen freunde zurück bei dragon age wir sind hier ja in dieser wir sind so ein paar oga die uns ein wenig auf die nerven gehen genau diese wollen wir jetzt so okay wenn du den nimmst und jetzt allesamt hinten rum ja lasst ihn ruhig lasst ihn kommen so perfekt rufen wir gleich die elfen und hoch da perfekt ist keiner mehr oder nein okay hier ist keiner mehr wo wollen die jetzt hin wo rennen die alle ach da moment da unten ne hä scheinbar war da unten irgendwo noch einer dann holen wir jetzt aha hier sind neu aufgetaucht zack so logi du nimmst mal einen trank shale du auch ich bin erfreut komm schon So. Zack! Ei, 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 ei. Okay. Zack! Macht ihn platt! Jawoll! Und bitte ein paar Tränke. Oh, sehr gut. Da ist einer. Okay, jetzt werde ich hier mal eben alles abgehen. Ich brauche die Tränke. Da gehe ich auf jeden Fall mal stark von aus, dass wir die brauchen. Oh, shit! Da weiß nur so einer, was will der schon groß machen? Genau so wird es geschehen. Oh! Da war ja noch einer. Okay. Hier brennt alles. Hier liegen ganz viele Tote. Ich speichere schon mal vorsichtshalber. Man kann ja nie wissen. Aber ich glaube so viel haben wir hier gar nicht mehr. Da liegt noch was. Auch nur Gold. Gut. Gut, mehr haben wir hier nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich dachte, der müsste hier rein. Ja, der müsste hier rein. Hä? Gehen wir mal hier weiter. Oha! Hier geht der Kampf weiter. Ja. Ach du Scheiße. Das ist eine Falle. Das ist also Zeit für mehr dunkle Brut. Ich verstehe. Zack. Tschüss. Alle beide weg. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. was soll das denn werden, ne? So nicht, mein Freund. Mensch, chill. Wenn du schon mal da drin stehst. Wohin soll ich gehen? Kannst du auch mal sowas da machen? Schill ist grad gestorben. Schill ist grad gestorben. Wow. Da müssen wir durch. Gut. Los geht's! Oh man! Ach du Scheiße! Ein Drache! Oh hier steht noch einer! So! Ich nehme erstmal die hier platt! Wir sollten lieber vorsichtig sein! Nein! Boah! Okay, Shale stirbt jetzt auch! Schafft sie nicht ne? Doch! Wow! Mit dem letzten Schlag! Ja! Ja! Ah! Ihr seid meiner Magie nicht ge... wachsen! Oh, wirklich schade! Ich werde es tun! Als ob das was wird! Ah! Schon wieder ein Kampf! Ja! Also! Hm! Gut! Dann lasse ich die Magie-Typen da oben erstmal in Ruhe! Verstehe ich schon! Ah! Die Zauber die sind so fies! Bewegungsunfähig machen und dann Energie abziehen! Das ist echt gemein! Aber nun ja! Ja! Na komm! Hier lädt der ziemlich lange! Ja! Er hat angeboten das Opfer zu bringen aber er ist schon tot! Auai! Ei 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 ei! Okay Okay. Nimm die aus Schild. Erstmal die hier. Das war Logain. Und... Wer? Von wo? Schon wieder sind wir tot. Und ich weiß wieder nicht, woher es kommt. Mann! Du oder was? Ah, toll! Schild ist verzaubert. Das heißt, Schild stirbt auch bald. Atsch! Es war bestimmt schon wieder zu spät jetzt. Nein, es ging... Gerade so noch. Komm, lad dich mal schneller auf hier. Boaz, Schild kann nicht angreifen, ohne dass sie... BAM! 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 Ja! Ja, 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 ja. So. Da oben sind noch ein paar, aber das war ein Trank, perfekt. Schill trifft erstmal da fast alle, boah, ich dachte, Schill wird tot, jetzt ist Schill tot. Oh, kann ich das noch schaffen? Natürlich ist noch so einer da, natürlich, das wird doch wieder nicht. Naja, nochmal, ich bin mal gespannt, wie lange ich jetzt hierfür brauche. Also, die Taktik war ja gar nicht mal so schlecht. Unterstützung rufen und dann... So, letzter Versuch für heute. Nein, komm, lad schneller. Meine Güte, irgendwie hatte ich das Gefühl, es wird mit dem Mal, wo man sterben braucht, der länger umzuladen kann. Oder... So. Ich kann leider nur einen herbeiru... Ich spüre weitere dunkle Brut. ich kann leider nicht wiederholen. Aber selbstverständlich! Aber selbstverständlich! Genau so wird es geschehen! Okay! Ich bin erfreut! Ok! Ich möchte sie noch nicht mehr be pausen! Nein, die müssen sie gehen! Genau so wird es geschehen! Hinter uns steht ein Drache. Jetzt trifft er wieder nicht. Komm. Hallo. So. Wow, wir sind alleine. Krass. Ja, das war, das. Das war's dann wohl. Also entweder kommt mir das nur so vor, ja? Oder er schlägt sehr oft daneben. Naja, wie denn auch sei freundlich, würde ich sagen, für heute belassen wir es dabei. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen und ich sage mal bis dann und ciao.